so samstag ja wir arbeiten auf samstag und sonntag heutige generation vier tage die woche kennt das gar nicht so was haben wir heute so ein bisschen gemacht alles abgeklebt alles wieder mit acryl versiegelt oben alles bündig gestrichen so dass ohne holz da irgendwie drangeht und das war mal und so wird es fertig es bleibt nur diese wand ist zwar nur geradeaus aber braucht seine zeit diese wand ist jetzt komplett gebürstet das nachher wird in grau gestrichen wie auf anderer seite auf ich weiß nicht soll ich da bis zum ende machen soll ich auf dem dach steigen oder scheißegal seht ihr kein mensch na was sagt ihr dazu soll pauli sich im arsch abquälen alle hand hoch lecker 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 bergami So habe ich mir am Samstag Feierabend verdient. Da habe ich mir Sweet Chilisauce reingetan, jetzt kommen ein paar Gurken rein mit Tomaten, das bestimmt nicht, so zack, zack, bleibt bleiben, zack, so Rostzwiebeln, alles drum und dran und dann, und dann noch mit Pommes. Aja, 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 aja. Aja, aja, aja. Aja, aja. Aja, aja. Aja, aja. Aja, aja. Aja, aja. Aja, aja.